Er soll reingehen. Er soll sehen wie wir den Laden ficken. Ganz einfach. Mitkommen. In den Laden rein. Kann ich die Hände runter nehmen oder was? Nein, den lässt du oben. Rein in den Laden von hier hinten. Schnell, behal dich. Wo ist AJ? Wo sind generell die Lächtigste? Der Digga fragt, du hast auch den Draht zu ihr. Ja, das ist der in der Ernst, Tiki Lala. Was für ein Draht hab ich dazu, was für Tiki Lala. Na die machen so sehr ein Streuch, Special Event. Wann jetzt? Ja, um 20 Uhr heute. Ja, ich geh hin, das Spezial Event mach ich zu. Laden zu. Ja, zu. Ja, fahr' wir mal alle hin. Einlass ab 19.30 Uhr bei uns. Wir hatten noch 10 Minuten und keiner von der Geschäftsführung ist da. Keine Tänzer sind dann, keine Kunden. Oh doch, da kommen die ersten Kunden. Ja, Tänzerinnen kommen gleich. Eine steht schon da hinten. Ähm. Die andere kommt auch gleich. Wollen wir mit mir kurz ein Tiki Lala zu machen gehen? Ja, komm. Es wird eh noch keiner da sein, die haben eh erst mal 20 Uhr auf. Also alles entsparen. Ja, dann können die direkt posten, dass der Land schon wieder zu ist. Ansonsten sorgen wir für Ren und Rücken zu arbeiten. Aha, da sind die da. Fahr' nicht auf Parkplatz, fahr' nicht auf Parkplatz. Ja, ne, ich hab' nur hinten, ich wollte nur gucken. Aber lass mich am besten erst mal reden. Oder schreien, meinst du? Ey chill, ne, ich rede zuerst. Dann redet jetzt, sonst keiner. Entsparen, alles entsparen. Und. Meine Sicherheit. Ein Mardin. Mardin hab' ich, deine Nummer. Hast du den? Nein, ja. Aha. 3-3-8-3-8. So, was geht? Du bist Ansprechpartner für Tiki Lala, ist das richtig? Und ihr wollt heute öffnen? Daher kommen. Der ist nicht. Ja, wir hatten ne Absprache, dass ihr nicht aufmacht, wenn wir aufmachen. Habt ihr gestern Abend noch zu uns gesagt? Gestern ließ es, ihr macht den Laden nicht auf. Ja, Christus aber, Christus hat da im Unicorn nichts zu sagen bezüglich Öffnungszeiten. Ja, es ist egal, was für ne Veranstaltung. Es ließ, ihr macht den Laden nicht auf, wenn wir den Laden aufmachen. So war das von Anfang an abgesprochen. Natürlich. Wir können Schutzgeld abdrücken, ja. Doch, klar. Mit Specter und mit David Jackson und so ne Scheiße. Ja, aber Christus ist der falsche Ansprechpartner für die Sache. Ja, wie gesagt, heute kann der Laden nicht geöffnet sein. Wie, kannst du nicht. Da schießen wir denn. Doch, musst du. Dann machen wir zu. Wie nein, doch. Guck mal, du machst den entweder freiwillig zu oder ich mach dir den Laden zu. Ganz einfach. Ja, okay, hat aufgelegt. Ja, okay, hat aufgelegt. Ja, klar. Dann werden wir gleich später einmaschinen machen, den Scheißland zu sehen. Normal, Digga, nix los. Ja. Ja. Was geht? Was geht? Was geht? Alles dabei? Äh, äh. Was? Die Glalaba zu machen. Was soll man zu machen, oder? Wie, wie, die haben auf? Ja, die haben auf, aber ich mach zu. Wie, die haben auf. Ja, ich mach zu. Ja, ich mach zu. Wie, die haben aufgelegt. Die haben heute geschrieben. Hat denn gesagt, hier pass mal auf. Wir haben heute auf. Ihr habt gestern gesagt, die macht nicht auf und macht trotzdem auf. Ja, und der Typ hat dann Jan aufgelegt und Jan gesagt, er hat gesagt, er hat da machen wir den Laden durch zu. Guck mal auf, wo ist das? Du suchst ja ein Sträuchelwind. Ja. Dann macht er. Das du müsstest, aber unabhängig zu den Leuten genau. Genau. Du bleibst du hier, wir fahren mit zwei Autos kurz hoch. Ja, ich glaube, macht das jetzt. Der Laden macht doch jetzt auf. Nein, 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 nein. Warte. 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 Warte mal, wir haben vor drei Minuten aufgemacht. Genau. Ja. Ja. Ich glaube, dass keiner von euch ist. Hm. Das ist auch viel Unschuld. Das ist auch viel Unschuld. Sobald wir hier den ersten schon mal weg haben, fahren wir kurz hoch, klären das. Ja. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass die alle oben stehen werden. Normal, Digga. Wir sind gerade von oben. Da ist keiner. Ja doch, ich denke mal, so langsam kommen die. Werden die kommen. Ja, die sollen sich ficken, Digga. Ganz ehrlich, wenn Jan den normal versucht hat zu reden und die nicht freigegangen sind, müsste, ja, was soll ich sagen, Digga. Ja, wir fangen gleich hoch, alles gut. Alles gut. Kommt deine Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Ey Jungs. Nimm mal die Karren runter, Alter. Was geht mit euch, ey? Wer bist du? Nimm dein Hände hoch. Nimm dein Hände hoch. Nimm dein Hände hoch. Nimm deinen Hände hoch. Nimm dein Hände hoch. Nimm dein Hände hoch. Nimm dein Hände hoch. Nimm deinen Hände hoch. Digger. Dieser Laden steht von quasi. Ja, wir sind Business, Digga. Was? Seid ihr die vom Unicorn? Richtig. Ja, richtig. Das ist doch okay, kann ich lasst gehen, wir wissen, wer hier ist. Tschüss. Er soll rein gehen, er sollt sehen, wie wir den Rad ficken, ganz einfach, komm. Mitkommen, in den Laden rein. Kann ich die Hände runter nehmen, oder was? Nein, den lässt du oben, rein in den Laden von hier hinten, schnell, behal' dich. Abgeschlossen. Fang hier oben, Mann. Ist das das DJ-Pult? Verwüstet den Laden komplett. Warte hier, guck mal, Bruder, DJ-Pult, weg auf deinen DJ-Pult, kleiner Hund. Mach dir alles kaputt hier in den Drecksladen. Das Fahrzeug, ich bin hier. Ich will nichts mehr zu tun. Ich will nichts mehr zu tun, aber ich will nicht mehr zu tun, sondern dich. Verstanden? Was soll der Scheiß, Alter? Was der Scheiß, Alter? Ich will das immer noch mit dir. Ganz einfach, ihr macht dich auf. Warte, macht dich nicht auf. Wenn die heute auf ist, wir wieder. Winsetzen. Nimm den sein Handy ab, nimm den sein Handy ab und seine Klamotten, das machst du klar. So, geh mal her, das Handy. Gibst du mir dein Handy? Ja, ist das. So, Handy, ausziehe, Klamotten. Klamotten her. Sag Bescheid, mein Kopf ist kaum. Gib's gleich. Zieh dich aus, komplett, ja, von oben bis unten. Deine Mütze auch. Gib die Klamotten mit. Deine Mütze auch. Handy, hast du auch. Brille. Mütze, Brille. Ich hab keine Mütze auf, boah, okay. Jo, hört mal auf, hier drin rumzuballern. Lass dir das eine Lektion sein, ein Mann hat ein Wort. Sei froh, dass hier keine Gäste sind. Lass, bleib zu. Äh. Fick der Mütze. Ja, das müssen wir gleich. Lack, wir müssen uns. Ab geht der Peter. Einer fehlt doch noch, jemand. Einer fehlt hier im Auto, einer fehlt hier im Auto. Wer fehlt hier, wer fehlt hier, wer fehlt hier bei uns im Auto? Einer fehlt bei uns im Auto. Nero, oder? Anrufen. Nero? Ich rufe an. Ja, okay, mach. Anrufen. Bis zum nächsten Mal.